Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Hast du gewusst, dass eine Kirze gerade wieder anzünden kann, nachdem sie ausgelöscht hast? Zack! Was du hier siehst, ist die kleinste Hühnersorte der Welt. Und wenn es passiert, sieht es relativ komisch aus. Zuerst haben wir natürlich gedacht, die sind kaputt oder missgebildet oder so. Aber nein! So sehen die aus, wenn alles okay ist. 3-2-1-1-2-1-2-1-2-2-2-1-2. 1-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-1-2-2-1-2-1-2. Bleiben! So sieht es aus, wenn flüssigen Stickstoff in eine Pfanne mit Benzin in eine Leerche. Der Stickstoff bewegt sich umeinander. Wie ein Bildschirmschoner. Und das ist unsere Mähntix-Meerlitante, Denise Hasler. Bevor sie einmal die Meerli einredet, raucht sie am liebsten Heimat-Sigis mit Pfeffermünz-Geschmack. Mmmmm. Mega gut. Das ist das Ende dieses Videos. Ich hoffe, euch hat es wirklich gefallen und dass wir uns bald wieder sehen. Yummm.